Hi, ich bin Marvin. Kennst du das, dass du mit Nachrichten über Tierwohl überflutet wirst und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst? Dann komm auf unsere Plattform Lerngarten, um erste Eindrücke zu gewinnen. Hi, ich bin Manu. Mir ist mega wichtig, dass wir die Tiere gut behandeln. Dein Essen muss nicht nur mit Fleisch schmecken. In unserem Lerngarten zeige ich dir, wie man leckeres vegetarisch kauft. Hi, ich bin Dennis. Für mich ist Tierleid ein echtes Problem. Hier auf Lerngarten findest du interessante Texte und Lernvideos zu diesem Thema. Hi, ich bin Franzi. Hier liegt der Erhalt der Vielfalt der Pflanzen und Tiere sehr am Herzen. In unserem Lerngarten zeigen wir dir, wie du effektiv, einfach und kostengünstig Lebensräume für die Artenvielfalt zurückerobern kannst. Hi, ich bin Freya. Meine Freunde, die machen sich nicht viel aus Nachhaltigkeit. Aber das ist kein Problem. Hier auf Lerngarten habe ich viele Gleichgesinnte gefunden, mit denen ich jetzt vernetzt bin. Wir sind schon dabei. Wann kommst du?